Hallo, ich bin Laurenz, ich bin 19 Jahre alt und ich studiere in Köln und wohne in Düsseldorf. Ich komme von der Hans-Böckler-Stiftung und ich studiere jetzt Volkswirtschaftslehre in Köln. Ich freue mich mit vielen anderen Teilnehmern hier die drängenden Fragen unserer Zeit zu diskutieren, also die Klimakrise, die soziale Frage und freue mich auf guten Austausch. Mir ist es wichtig, dass man sich schon im jungen Alter dafür einsetzt, die Demokratie zu stärken und auch politisch aktiv zu sein, sich zu engagieren, einzubringen und dass die Jugend auch eine starke Stimme hat. Demokratie im Wandel bedeutet für mich, dass wir gerade in Zeiten, wo die Demokratie in vielen Staaten auf der Welt so unter Beschuss ist und so großen Gefahren ausgesetzt ist und auch ausgehöhlt wird, teilweise uns alle dafür einsetzen, als mündige Bürger Demokratie zu stärken und uns das zu erhalten als Gesellschaft.